Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rathaus Aktuell, der Nachrichtensendung der Gemeindeklinike Nordbahn. Ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Wir berichten über alles Aktuelle aus dem Rathaus und informieren Sie über wichtige Diskussionen und Beschlüsse aus den Ausschüssen sowie der Gemeindevertretung. Am 9. Juni haben alle wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeklinike Nordbahn die Möglichkeit, ihr demokratisches Recht auszuüben. Neben der Europawahl finden auch die Kreistagswahl und die Wahl der Gemeindevertretung statt. Die letzten Kommunalwahlen liegen fünf Jahre zurück. Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei 67,5 Prozent. Klinikes Wahlleiter David Kaminski erläutert die wichtigsten Fragen rund um die anstehenden Kommunalwahlen in unserem Ort. Herr Kaminski, am 9. Juni steht die Wahl zur Gemeindevertretung an. Welche Vorteile bietet denn dieses brandenburgische Kommunalwahlmodell? Ja, besonders schön ist natürlich, dass hier die Wählenden aktiv unterscheiden können zwischen Panaschieren und Kumulieren. Das bedeutet, dass man alle drei Stimmen, die man hat, einer Person geben kann. Und Panaschieren bedeutet, dass man diese drei Stimmen auch auf die einzelnen Personen verteilen kann. Das ist natürlich besonders gut dafür, dass man dann auch die Personen dahinter wählen kann und nicht die Parteien, die da stehen, sondern dass man auch wirklich die Person in die Gemeindevertretung wählen kann, damit sie dann dort auch die Gemeinde Genicke-Nordbahn vertreten können. Viele Wählerinnen und Wähler nutzen die Briefwahl. Worauf müssen die hier besonders achten? Bei der Briefwahl für die Wahl der Gemeindevertretung muss man beachten, dass man spätestens zum Wahltag selbst, also am 9.6. um 15 Uhr die Briefwahl beantragt haben muss, weil dort ist der letzte Zeitpunkt, wo die ganzen Wahlscheine und die Stimmzettel ausgegeben werden. Anschließend kann man die Stimmzettel, wie man es möchte, ausfüllen und bei uns in die Wahlurne werfen, so dass die dann pünktlich um 18 Uhr bei dem Briefwahl-Lokalen landen. 108 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind am 9. Juni in Klinike im Einsatz. Was machen die eigentlich? Die Wahlhelfenden übernehmen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Das bedeutet, dass sie zum einen die Stimmzettel hinausgeben, aber dass sie auch genauso den Ausweis kontrollieren und dann ein Vermerk im Wahlverzeichnis vermerken. Anschließend nach 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt und das Wahlergebnis dann bekannt gegeben. Herr Kaminski, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Alles, was Sie über die Wahlen in Klinike wissen müssen, finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde unter www.klinike.eu. Baumfrevler unterwegs. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des 30. April elf junge Bäume in der Beethovenstraße und in der Leipziger Straße mutwillig zerstört. Die betroffenen Bäume waren 15 Jahre alt und ihre Stämme sind in Höhe von einem Meter bis ein Meter 30 vermutlich mit einer Handsäge teilweise komplett durchgesägt worden. Das Motiv ist uns nicht bekannt. Die Gemeindeverwaltung hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sagte Jana Klettke, Fachbereichsleiterin für Soziales und Ordnung. Daher bittet die Gemeindeverwaltung die Anwohnerinnen und Anwohner um Mithilfe. Mögliche Zeugen sollten sich bitte beim Rathaus oder bei der Polizei in Henningsdorf melden. Gestiegene Wahlbeteiligung. 689 Klinikerinnen und Kliniker nahmen an der achten Auflage des Bürgerhaushaltes in der Altenhalle teil. Von 19 Vorschlägen, die zur Abstimmung standen, konnten sich elf in die Siegerliste eintragen. Die meisten Stimmen erhielt der Vorschlag für eine neue Trainingsausrüstung für die Feuerwehr im Wert von 8000 Euro. Insgesamt standen 75.000 Euro zur Verfügung. Klinike tanzt und feiert wieder. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr beteiligt sich die Gemeinde erneut an der FED de la Musique. Das Musikevent findet am 21. Juni von 17 bis 22 Uhr an fünf verschiedenen Standorten in Klinike mit Livemusik und Unterhaltung statt. Auch ein historischer Doppeldeckerbus, der als Shuttle Service genutzt werden kann, fährt in der Zeit von 16.30 bis 21.30 Uhr. Das Projekt ist eine Kooperation der Bereiche Kultur und Bürgerhaushalt der Verwaltung sowie des Gewerbevereins Klinike Nordbahn. Alle Informationen zu der FED de la Musique finden Sie im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Der Kliniker Kultursommer ist zurück. Der Garten des Bürgerhauses wird am 29. Juni von 14 bis 18 Uhr wieder zur Kultur-Open-Air-Bühne. Die Gemeinde als Veranstalter bietet ein buntes Potpourri aus Musik, Tanz, Kunst, Kultur und Klimaprojekten, Infoständen sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nach den Sommerferien im September mit neuen Informationen und Nachrichten aus dem Rathaus wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und erholen Sie sich gut. Bis bald und Tschüss.